Was gibt's Neues an Sondermodellen? Den Carina Flash mit extra schickem Firlefanzdekor? Machen wir nicht. Oder den Carina Azalea mit integrierten Blumenkübel? Nö, lieber auch nicht. Dann aber den Carina Light mit möglichst wenig für viel Geld? Den schon gar nicht. Das besonders komfortable Carina Sondermodell heißt wie immer Carina SC. Wobei wir garantiert nur an dem Namen gespart haben. Nichts ist unmöglich, Toyota. Für mich gelten im Leben vor allem zwei Dinge. Nur vom Allerfeinsten und Geradlinigkeit in jeder Lebenslage. Und niemals, wirklich niemals die Selbstbeherrschung verlieren. Die schokoleichten Chocolate Chips. Eine der größten Gefahren für die Lebensdauer ihres Motors lauert dort, wo sie es nicht erwarten. Wenn Sie sicher gehen wollen, tanken Sie regelmäßig Qualität. Aral. Alles super. Das Schweppesgesicht ist im Grunde nichts anderes, als der sanfte Stimulationsvorgang aller Geschmacksnerven, ja aller Sinne. Nur auf diese Weise stellt sich nämlich der gewünschte Effekt totaler Frische ein oder, wie es der Volksmund formuliert, kein Schweppesgesicht, keine Erfrischung. Chocolate Chips. Sind Sie da? Entschuldigung. Sind Sie weg? Zahnärzte fordern mindestens zweimal täglich Zähneputzen. Aus zwei Gründen. Entzündungen gefährden das Zahnfleisch. Karies gefährdet die Zähne. Deshalb brauchen Sie zwei Spezialisten, die Zahnfleisch und Zähne sicher schützen. Wir empfehlen Morgens Aronal. Die schützt Ihr Zahnfleisch vor Entzündungen mit Vitamin A. Und Abends Elmex. Die schützt Sie vor Karies mit der wirksamsten Fluoridverbindung. Morgens Aronal. Abends Elmex. Der medizinische Schutz für Zahnfleisch und Zähne. Jetzt gibt es das Deo, das nicht nur sicher wirkt, sondern auch die besondere Mildeart. Denn es ist von Nivea. Neu. Nivea Deodorant. Die Harmonie von Milde und Wirkung. Es gibt ein Auto, in das man einsteigt. Und wieder aussteigt, als wäre man gerade eingestiegen. Der Ford Sierra. Jetzt der beste Sierra aller Zeiten. Baileys Original Irish Cream. Sinnlich und unwiderstehlich. Baileys. Zeit für Gefühle. Hat Ihnen eigentlich schon mal jemand das Kleingedruckte erklärt? Ach ja? Sie sollten zur OVB kommen. Unsere Finanzberater sprechen Ihre Sprache. Die OVB und Ihre Partner bieten die Beratung und den Service, den Sie brauchen. Wecken Sie Ihren Motor. Wenn er immer hellwach und voll da ist, liegt das auch an unseren Kraftstoffen mit SO100. Sie sind so hoch entwickelt, wie die neuen Motoren. Die OVB-E Banen und die ÖVB-E Banen. Sie sollen nur auf den Weg hin. Ich die OVB-E in die Zukunft. Sie wollen ja, wie die ÖVB oder die ÖVB-E in die Zukunft. Sie müssen noch mal sagen. Sie müssen noch richten, was interactives. Vielen Dank.